Ja, wollen wir uns den mal angucken? Ja. Dann gehen wir mal da rein. Wir fahren nix, wir stehen doch hier in der Werkstatt, wir fahren nix los. Oh, da wollen wir mal hingehen. Wie kommen wir denn da hin? Das ist ne alte Dampflok hier, muss ich sagen. Aber so eine hast du für deine Brio-Bahn, mit dem roten Schornstein. Stimmt. Das dreht sich normalerweise und dann kann man, wenn man das lesen möchte, unten aufdrücken und dann den Platz stehen. Und das ist das hier, ne alte Diesel-Log. Ich glaube aber hier gehen wir mal nicht mehr weiter, ne? Wir gehen mal raus, ich glaube da draußen sind auch noch alte Züge. Da sind doch ganz viele. Komm, lass mal rausgehen. Komm, ich stehe auf dem Schaden. Musik 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 Hier kommt noch eine. Was ist denn der Wager? Eine Gepäckwaage. Was ist denn da aus dem Wohnwagen? Was ist denn da aus dem Wohnwagen? Da sind aber alte Fügel. Bleckfügel. 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 Alles alte. Hier ist es im Museum. So hat er hier auch. Hat er einen Baumwohnen drin. Und sitzt hier jetzt so. Hier rein. Ach das kann man nur hier vorne? Ich kann auch nur weiter rein gehen. Ich kann auch nur weiter rein gehen. Aber ich bin da bitte nicht. Lauter Eisenbahnwachen. Hallo. Hallo. Soll man hier noch weiter gehen? Oder ist das so? Ach so. Okay, da müssen wir ja nicht da hin. Komm. Ja. Ja. Hast du mich gerufen? Ja. 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 Und der Oma ist schon da ganz weiter gelaufen. Hier geh mal rein hier. Und was gibt es da? Ein Fernseher. Da ist ein Fernseher drinne? Ja. Hier kann man dann sehen, wie dieser Wagen hier rumgefahren wird. Hier kommt ein bisschen später, man weiß nicht, könnte das sein. Da ist bei mir ein alter Zufall. Eine Dampflok? Nee, keine Dampflok. Das müsste man losfahren. Ich bin mir nicht in die Fenster, würde man rausgucken. Das sieht aus, als ob da nur so eine Platte davor gesetzt wird. Da sind die Weichen gestellt worden. Das geht heute eigentlich automatisch. Das sind alte Bandwellen und Bannnägel. Das ist ein bisschen schwierig. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020